hallo und willkommen zu gut wir waren jetzt hier stehen hier weiterzumachen holt baum warum muss man mal ranzoomen würde ich sagen ja hier ich jetzt erst mal so ja ich verstehe es nicht das könnten wir hier vielleicht noch ist riesig boah bisschen müde bin ich gerade nee nee das wirkt nicht das wirkt einfach nicht okay ich komme klar und keine angst was war da zu frei gut dann machen wir den bahnhof kümmert euch nur um die krankheit das ist sehr aufmerksam von euch ich bin die ich jetzt nicht die schrift ist die idee definitiv am nächsten mal werde ich zwischendurch einfach mal dekorieren weiter das anstrengend nicht nein das will ich nicht aber von rein sei schön na spiel lässt sie mich wieder nicht sehr schön und ich sollte den bahnhof sagen einfach weil es geht gibt mir den ja aber jener spiel öffnen beschissener wird es doch eine tonne das sieht nicht gut aus werde ich mal reingucken in der nächsten season Nee. Nee. Nee, nicht schön. Nicht schön. Jawohl. Ey, sind wir wohl schon gut dran. Wo ist denn das hier zwischen? Noch mal eine Tammerin, ne? Nee, einfacher. Jo, würde ich sagen, ist okay. Okay. Sandärken. Wo ist denn das jetzt? Okay. Wo wollen wir jetzt stehen gehen? Wir hatten noch hier so einen schönen... Ähm... Das ist ein großer Brötchen. Wie ist das? Schön. Hm. Gib mir einfach den Baum. Du gehst mir wirklich hart auf die Eier. So. Da hin. Da hin. Und dorthin? Hätten langsam nicht mehr spielbar spielen. Setzen wir dich als Busch da rein. Ich sehe gerade, was sucht... Der Spendomat da. Der da. Wie soll ich ihn umsetzen? Irgendwas scheint kaputt gegangen zu seinem Hintergrund. Okay. Kommen wir klar. So. Nee. Der wirft doch kein Geld so wirklich ab. Hm. Jetzt können wir eigentlich mal was testen. Nee, jetzt hier drinnen stehen. Nee. So, oh Gott. Bisschen Schluck aufgeraten. Aber ist okay. Da kommen sie. Zumitten im Wald noch ein paar Bänke. Damit sich die feinen Herren ausruhen können. Die feinen Damen. Na, ist schon wieder eine Furchtung fertig. Komm. Da hin. Findet ihr auch mit dem Zufall? Hier ist nichts weiter. Die leere ja auch schon ausgefüllt. So. Gut. Was haben wir denn? Nochmal. Na? Hier? Wäre dir sehr verbunden. Diesmal nochmal. Öffnen wir es nochmal. Rotulismus. Was haben wir denn? Warum verstanden? Oh, hier müssen wir gleich mal reingucken. Äh. Wie so ein Alpha-Status. Joa. Mal ein bisschen Abwechslung gegenüber den ganzen Deko-Kram. Dann. Einmal hier. Zu den Tieren. Und. Och Mensch. Ist ja gut jetzt. Was? Fang nicht mal wieder. Misserwartung? Fruchtbarkeit. Schnellhandeln. So. Schnell mal zum Bison gucken. Äh. Bison. Elferstart. Ja. Tschüss. Schnellhandeln. Das. Ähm. Polarfuchs. Oh ja. Dann. Was wir fertig haben, haben wir fertig. Täterlos. Find ich gut. Eine Impfung für. Ähm. Polarfuchs. Oh ja. Ob noch Polarfüchse in die Hege. Also das ist mal viel, viel wichtiger. Da. Wo ein Stück. Ich kann schon wieder warten. Okay. In die Box. In die Box. In die Box. Ähm. Zum Tieren. In die Box. Ähm. Und alle Tiere aus Transport. Na ja. Hm. Sieht nicht gesund aus würde ich sagen. Hm. Ich als Fachexpectise würde sagen. Hm. Hm. Autsch. Oh Gott. Hier rufen wir einmal alles. Die Forschung abschlossen. Hier war schnell. Hm. 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 Rentier. Alphastatus. 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 Rentier. Das ist Rentier. Alphastatus. Haben wir denn? Du siehst so aus. Du siehst so aus. Ja. Kann ich dich denn schnell handeln? Mal weg. So. Gabelbock. Alphastatus. Gabelbock. Alphastatus. Gabelbock. Alphastatus. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Die Gehege auch nochmal sauber? Oder ist halt ähm. Irgendwie Mangelware. Wo ich. Fest oben. Fest oben. Fest oben. Kann doch nicht wahr sein. Habe ich es denn nur mit Amateuren zu tun? Wollen wir ja gar nicht so viel Tamtam machen, wa? Nö. Haben wir denn irgendwie eine passende. Was kleines passendes. Hm. 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 Ich denke glaube ich eher weniger. Jetzt sieht es nicht so gut aus. Hm. Hm. ich will hier gar nicht so viel hinsetzen, da ist aber nur irgendwas zwischen den bänken so und das dort und das dort drei sitzen ich möchte gerne noch so ein paar bildungs dinge wie der strom ja eigentlich schon würde mich bei dem spiel jetzt auch nicht wundern in dem dinge strom brauchen die dinge strom brauchen aber erst mal mitnehmen mitnehmen was würde ich erst mal so gelassen weil hier noch ein zwei bäume sieht das gut aus nicht so wirklich ich würde dann einfach jetzt wird das wahrscheinlich auch jetzt drungen geben wir noch ein bisschen erde jetzt weil es geht ja ihr könnt da geld reinschmeißen und nimm und flüssig gut eine spinne ein pogel ah ein nasentierhorn ihr seid lustig und wirst du du wirst du 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 War das hier schon so weit da als durch, wa? So, was haben wir denn, Feines? Silly one. Der ist auch fertig. Den suchen wir gleich mal. Staubbe. Schildkrötenherpesvirus. Die Arme schuldkriegt. Nil Krokodilpocken. Gucken, ob der auch in Deutschland trendet. Ist ja egal, Bock Elferstatus. Gubble. Bock. So. Achso, der ist... Oh, den klauen so hier. Okay. Du bist Chef. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Die, äh... Von den Stats her. Alle Tiere sind gleich gut. Genauso gut. Du bist noch etwas jünger. Weg, 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 weg. Und hier. Hab mir die freiwilligbar mit dir. Und hier auch. Du kommst weg. Und hier. Du kommst weg. Du kommst weg. dann so. Wo bist du? Ich bin hergekommen, um euer Terrarium aufzurüsten. Wie warium? Oh, grüne Inselliguan. Insel, Inselliguan. Kommen Sie, Herr grüner Liguan. Oh, war spielwüchtig eigentlich. Na, wie wäre es mit weiterspielen? Na? Es geht weiter. Ah, okay. So. Nehmen wir dich raus. Bin ich jetzt nicht so verkehrt. Hätten wir das auch geschafft. Sehr schön. Und... Gucken wir mal zu den Alligatoren. Die Alligato. Ich bin wieder Alpha-Kämpfer. Nicht was nicht rausnehmen? Na, du bist ja bei eben instant erwachsen geworden. Danke. Du jung, um dich rauszuschmeißen. Mal frage ich mich, warum. Okay, dann kommst du in die Box. Bis später. Guti, Leute. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis denn. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020